Hakuna, mein Tata-Muchachos, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rainbow Six Siege Ranked. Und unterwegs sind wir heute auf Kaffee-Gostoyevski zusammen mit Mabossa und Delta. Hello. Hello. Ein wunderschön Hakuna, meine Tata's, und seid herzlich willkommen. Heute wieder komplette Endlots-Rasur. Die werden ja wieder oben sein, ne? Wollen wir da irgendwie geil angreifen? Also ich hab wieder wie am letzten Mal Ash mitgenommen, das war eigentlich relativ erfolgreich. Wir hatten ja auch erst eines unserer letzten Games auf Kaffee-Gostoyevski. Das war sehr, sehr, sehr killreich. Also, falls ihr das sehen wollt, dann schaut gerne einmal auf das I. Oben, Racks in Eure Ecke, da hab ich dir eine Schuhe eingepackt, äh, vielleicht. Wollte grad sagen, meinst du denkst dran, hallo? Also ich packe da immer, das I wird bei mir immer billigt. Ja, bei mir aber nur Playlist. Ich kann nur nicht immer dafür garantieren, dass, äh, ne, ich mach Playlists rein und suche Videos aus, wie ich gut fand. Digger, machst du ja richtige Arbeit. Aber ich kann nicht dafür garantieren, dass ich mich dann, wenn ich das mache, daran erinnere, dass ich das letzte Kaffee-Gostoyevski-Video reinpacken wollte. Digger, wenn du das, wenn du das hinkriegst, dann kriegst du von mir echt ein gut gemacht. Ich sag jetzt schon mal, ich sag jetzt schon mal, gut gemacht. Falls du verkackst, dann hab ich nämlich ein gut gemacht, gut. Ja, das Ding ist aber, weil wir müssen ja ein bisschen tauschen, ne? Sonst hätten wir jetzt, würden wir jetzt zwei roten Kaffee-Gostoyevski atreinander hochladen. Oben, pass auf, ist auf. Deswegen müssen wir tauschen. Rechts ist aber auch offen. Blöden Penner. Wie miesen Huens. Ich seh den immer noch da hinten. Ja, ist immer noch da. Hab ihn. Jamal. Ja, ja, rechts. Gebt mir drohen. Ich geh nämlich, wo, was, wie, wo, wo? U-H ist C4 preplaced. Das Gute ist nämlich, wenn ihr die Leute dort hinten haben wollt, dann geht immer einfach komplett nach hinten. Und ballert die da weg. Dann habt ihr nämlich einen besseren Winkel auf die ganzen Klackos. Klackos. So, ich kann Zigarre halten, wenn du willst. Die Zigarre ist gerade clear. Dann würde ich da mal rein yeaten wollen. Zigarre noch clear, ja. Kann ich rein? Äh, ja, noch. Hier ist nichts. Ich seh nichts. Ich höre nichts. Kannst du bei mir auch nochmal nachchecken hier? Ich fahr Richtung White, hier. Äh, ja, ich gucke. Wild clear. Zigarre clear. Ja, aber Steps hier recht close. Ich seh keinen auf der Drohne. Also, Wild ist clear. Er muss dann längst um die Ecke sein bei die Deko, wenn du was hörst. Ich aim mir schon Richtung New Hedge, da seh ich nichts. Okay. Ja, Alter, hab ich aber lang reagiert, äh, ich meine, lang gebraucht und schlecht reagiert. So rum. Hallo. Kurz mal White. Pass auf, ich mach hier auf, Deko. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Okay, ich brauche nicht vorbeigucken. Gib mir Drohnen. Fick holz. Fährt jemand Onspot mit der Drohne, maybe? Ich fahr kurz. Fuck, ich hab, ich hab. Okay, in den Freezer drin. In den Fridge. In Fridge, Asami. Dann mach ich hier noch mal auf. Die ist mit der Herr gekommen. Wo, wo? Los! Wo, hab ich? Stopp. Ich glaub, Red müsste das vielleicht sein. White ist jemand von uns. I'm going to plant. Äh, can you cover me? Wow! Oh, wow! Oh mein Gott, ey, zum Glück, dass ich einfach weggerannt bin, ey. Dadurch konnte die Finca reagieren. Alter, war das close, ey. Oh mein Gott. Was? Was? Sagst du, wir sind ready, oder? She's safe on links, girl. Diga, diese Colts, ey. Hallo? Ja, wärst du mal einfach unter dem Asami-Ding durchgekrochen, hätt's geplantet. Hm, nee, dann hätt ich ja nicht noch Kids gemacht. Hallo. Christmas Market again und... Also eigentlich, ich hab lange schon nicht mehr Thermite gespielt, ne, weil die Waffe... Ich liebe die Waffe immer noch, aber sie schießt wirklich zu langsam. Aber, Alter. Das ist nach wie vor geil. Komm, ich bin stumpf, ich spiel Fetch-Up. Die beste Waffe in-game. Auf der Defender-Seite ist es, by the way, noch nicht Jäger. Ähm, wenn ihr schlechtes Aim habt. Wenn ihr schlechtes Aim habt, dann nehmt auf jeden Fall Thermite oder Jäger. Bestensspieltschen so oft. Miau. Ah, die sind unten, Kitchen? Dann würde ich nochmal wechseln. Ähm... Warum? Ah... Ja, das ist aber eigentlich eher so Hibana-geiler, oder? Nein, wenn, dann Ace. Oh, die sind zu viert. Ja, hab ich schon gesehen. Äh, dann lass uns bitte erstmal White angreifen. Und dann gehen wir rüber, ja? Also, park. Natürlich. Ich geh nach oben in das Barmuseum. Oh, das geht's sehr, sehr gut. Dann kannst du nämlich White Stairs halten. Dann kann ich da chilliger aufmachen. Fuck! Vakery ist hier. Vakery VIP-Corridor. Die ist da, wo du reingehen möchtest. Hey, schon wieder dieser Scheiß-Punkt da, Mann. Äh, beim Nächsten weg. Ashkreen-Punkt. Es gibt Feuer-Drohnen. Ich freu euch da auf irgendwas, oder? Okay, einfach weg in die Tür. Alles da oben. Niemand. Ich denke, du wolltest da Attacke machen, ne? Okay, jetzt. Bahnmuseum nach oben, ja. Okay, ich hab da jetzt natürlich keine Drohne mehr. Delta, deswegen, ähm, wie wollen wir hier vorgehen? Ich bin jetzt einmal durchgefahren. Ich weiß nicht, was White Stairs ist, aber... Hinten durch ist früh. Meine Drohne, ich fahr jetzt noch mal White Stairs so. Ja, Diko, wann kommst du da hin? White Stairs? Ich drohne gerade oben beim Bahnmuseum. White Stairs bist ja free, White Stairs bist ja free. Ja, dann sicher jetzt ab, bitte. Oh, ich weiß gar nicht, wohin. Ich hab White Stairs. Okay, ich bin auch oben. Jetzt gehen wir rüber. Machen die andere Seite auch noch auf. Da sind Steps im Fridgestern, ne? Warte mal, hier drüben sind Steps. Das ist hier. Ich weiß aber nicht, ob es der Sterber ist. Ey, White Stairs. White Stairs hab ich? Ja. Aber ich kann nicht rüberkommen. Ist jetzt fest? Wo? Sind die alle on the spot, oder wo sind die? Nee, White Stairs, glaube ich. Okay, dann rotier ich. Ja, nee, White Stairs ist noch tot. Ach so. Ja, aber da schießt noch mehr rum. Okay, dann rotier ich da hin. Und jetzt Main Entrance. Ja, warte. Ich hör doch hier was. Hier John vielleicht? Ja, ich hör hier was, White. Hä, wo? Ist das hier oben jetzt, oder unten? Ah, unten drinnen. Warte. Hab ich. Soll ich reingehen, Marvin? Haben wir noch ne Drohne? Nee. Warte, ich hab glaube ich noch ne Drohne. Ja. Warte, 50 Sekunden. Alles scheezy. Chillo, chillo, chillo. Alles scheezy. Ja. Hier ne Ecke. Moment. Pushen wir gleichzeitig, oder wie machen wir es jetzt? Ja. Ja, ja, ja. Er war links bei dir noch, ne? Ja. Ach, hier rechts. Ich würde nämlich jetzt hier hinten einfach pushen, äh, planten. Was? Ich hab den gar nicht! Ich hab den Diffuser, deswegen sag ich ja. Ja, dann warum machst du nichts? Los, drei, zwei, eins, push jetzt rein. Ja, ja, okay. There you go. Plant, 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 plant. Plant it. Du bist blacking. Er ist nicht mehr da. Muss drüben sein. Andere Kitchen. Five blacking. Five blacking. Der ist durch. Der ist doch auf den Camps, ey. Der hat immer noch die Camps berührt, Mann. Du hier, lol. Du Sack. Der hat ihn sogar erwischt, ey. Ei, 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 ey. Was für eine Geburt, ey. Digga, fünf kills. Also dafür, dass wir gegen vier spielen, war das eine sehr schwere Geburt. Ich dachte auch, ich hätte den Diffuser. Zum Glück bin ich da nicht reingegangen. Hätte er mich da nämlich gefickt, ey. Der ist nämlich dann umrotiert. Dass das niemand gehört hat. Krass, ey. Ich hab keine Steps gehört. Gar nichts. Heftig, ey. Heftig. Aber Marvin's Überblick über den Diffuser ist einfach... Hier ist mein Kreuzwert, ey. Hallo? Aber ich hab leider... Ich hab ein Fail gemacht, der wird rübergelaufen in anderen Raum, weil ich dachte, ich kann von da durch die Decke oben schießen. Aber da war Beton und dann bin ich wieder rübergelaufen und rüberlaufen. Wurde ich gefickt von White Stairs. Und eine Sekunde später ist in Deltas Klemmer gelaufen. Profi. Die F ist ganz stumpf auf White Stairs stand. Echt? Ja, ganz stumpf. Digga. Er hat gerade nach rechts geschaut und hat mich gekillt, ne? Achso. Äh, Kitchen is free. Du hast wieder oben. Kitschi, Kitschi, ja, ja, ta, ta. Musse Schokolade, ja, ja. Ah, ich wollte jetzt gerade sagen, ich spiele Auster, dann hab ich auch sicher schon mal etwas für, aber... Auster ist... Ja, pass auf, dass die nicht wieder bitchy. Dann zu vier. Zofir? Machen die viele bitchy? Wissen wir nicht, ne? Viele bitchy, hallo? Ich möchte das auch immer nicht wissen. Ne, bisher ist noch safe. Ja, bisher safe. Ja, ja, bisher ist noch safe. Hab ich gesagt, dass bisher safe ist? Hallo? Ja, ich glaube, bisher safe. Bisher safe, okay. Ich glaube, es ist safe. Ja, dann, ne, hallo. Kann jemand oben die Hedges aufmachen? Ich könnte, aber ich will eigentlich nicht. Haben wir eine Drone da? Wo wird sie haben, die Drohne? Lesion in Sigalosch. Dann würde ich eher Red Hedge, ich würde Red Hedge gehen und da ein Reis aufmachen. Wir haben eine Drone in Sigalosch. Ne, Lesion ist noch Sigalosch. Wo? Na, warte, ich fahr' grad nochmal hoch. Ey, einer ist rausgejumpen! Das ist der Lesion. Keck wie. Hast du ihn nicht gerade ausgejumped? Ne, ich decke meine Drohne zerstört, dann bin ich mit der Nächsten hoch. Ich geh jetzt einfach zu gar rein. YOLO! Oh. Bitte, Deco, einmal hier gucken. Wir haben Mira-Window. Durchscan entdeckt, wo ist Valkyrie-Auge? Da wollen wir irgendwo durchballern. Hat Fridge drinnen? Denk ich. Ich glaub, es ist der Moment. Wo, Colts? Wahrscheinlich unten. Guck, genau. LOL, hier. Lass mich doch durchziehen. Alter, bei Deco, ey. Das Game ist schon wieder so großartig, ey. 0-3-0, heftig, ey. Oh, ich bin jetzt noch die Nummer 1, ne. Wenn ich jetzt Pulse nehme und gewinne, kann ich es schaffen. Äh, enthalte dich nicht. Da muss ich aber auch Kids machen, ne? Auf der letzten Kappe, Dostoyevsky auch? Ne, da sind wir in die Verlängerung. Da sind wir in die Verlängerung gegangen, genau. Mit 13 Kills. Das ist er, glaub ich, erster geworden dann. Ach, aber leider nöck. Auf Angriffsseite, ja. Also eigentlich ist 4 gegen 4, ne? Weil der Letzte bei denen 0-1-0 und Deco 0-3-0, also, joa. Eigentlich das Gleiche, oder? Deco will's ausgeglichen halten. Muss man sagen, ist schon sehr freundlich. Wir haben Ritter Jamal im Wiener-Team. Digger, RTL 2, 100% Spielrate. Eine Drohne? Warte, Tuba, ich geb dir Bescheid, ob da jemand hochrappelt, dann ficken wir den. Also, Kontakt Nails? Ne, ja, doch. Okay, warte, warte, okay. Dann sag ich dir entweder links von der Tür oder rechts von der Tür, ne? Du musst nicht direkt davor stehen, aber okay, ja. Äh, bis jetzt ist hier noch gar nichts. Ja, ich hör grad nur Hens. Das klang ziemlich, genau. Nein, er pusht mich noch. Wo, 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 wo? Hä, warum hab ich denn... White stairs. Ich hab doch am Anfang auch getroffen. Es ist doch... Bissens hab ich meinen Kiel geholt. Oh mein Gott, mein Herz. Unten im Kitchen, alter. Wir hätten schon planten, bei der Weih. Ja, Jacky, der trackt mich gerade. They are already on spot. Ich plant, plant. Fuck, ey! Warum ist denn niemand hier, um mich irgendwie ansatzweise noch zu beschützen? Wo ist denn Aramis? Ey, der läuft hier rum. Jacky läuft hier auf der Ebene rum. Ey, gar kein Ding, man. Gar kein Ding, man. Planten. Ich hab planten, planten. Imut. Das ist immer noch nicht der Jacky gewesen, ne? Oh. One on four ping. Ich könnte eigentlich mit, ähm, Contact Nades oder so fertig machen, aber okay. Bar. Okay, okay. Behind Bar. Der kann... Er weiß ganz genau, wo er ist. Und trotzdem fickt er ihn. LOL! LOL! Okay, ich weiß nicht, lag es daran, dass ich, äh, Thorn gepickt habe, oder? Es lag daran, dass einfach oben alles gefallen ist und ich als Roamer, äh, wieder ficken wollte. Und es hat leider nicht funktioniert. Ich glaube, wir werden Puls niemals, niemals sehen. Oh, komm, wir probieren's nochmal. Wir haben ja noch einen, einen gut. Okay. Also die Ash kam halt weit hochgepusht, richtig fast. Die hab ich geholt. Dann kam die Twitch und ich dachte, weil sie erst ihr Magazin da geschossen hat auf mich, dass sie mich nicht pusht, aber sie hat mich gepusht. Musso Schok... Oh, die sind wieder zu fünft. Musso Schokolata, ja, ja, ja. Jetzt hat er auch schon. Der Itumi hat schon kill. Äh, einen Tod. Hat er davor aber auch schon. Ja? Ja. Der war vielleicht auch nicht da. Jo, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen hochfahren, ne? Ich würde jetzt erst mal wide gehen und, äh, unter New Hedge rumgammeln. Also ich geh erst mal wide und dann wechsle ich rüber zu, äh, New Hedge. Nur, dass ihr Bescheid wirst. Hallo. Okay. Wo ist das Droner? Hallo. Ich glaube bei... Schon wieder nach der Runde gerade der einzige On-Spot, ne? Bei Alibis, glaube ich, was. Weiß, der ist jetzt schon wieder auf. Habe ich. Habe ich ja gar nicht hier wahrgenommen. Ich dachte, es war... Digga, die Töne! Oh, ich höre noch was. Warte. Ich glaube, Traps werden runtergeschmissen vom Skylight. Die sind schon wieder hart am Angreifen hier auf dem Spot, ne? Wo, 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 Colts? Red, Red Hedge. Jacket, Jacket. Renner. Ich bin unter New Hedge. Jacket, verhör ich mich wieder. Gebreachen. Ganz egal. Ja, hier. Oh, fuck. Smoken. Kommen wir nicht durch. Digga, wo? Oh, fuck. Äh, schon gebrobt. Oh, okay. Ich hab wieder gecheckt. Oh, fuck. Nein! Unten, was macht Jacket unten? Unten Stairs, Main Stairs unten? Okay, los, mach dir, mach dir, los. Jacket ist unten, der letzte. Irgendwo hier war der. Vielleicht jetzt woanders. Nicht, nee! Digga, wie? Wie kann er denn einfach nicht sterben machen? Er geht Red, er geht Red. Ey, nicht, dass wir das jetzt verkacken, deswegen, Leute. Links, Rotation. Ja. Ja, ich küsste dich. Oh, Junge, ey. Oh, ich seh mir doch, endlich. Die Elite-Animation. Ey, das ist nicht ein miesen Sack-Lucher, die ich gekillt habe. Ja. Oh, jetzt sehen wir. Jetzt sehen wir es mal. Lol. Was ist die gar nicht so? Elite-Animation. Ich hab sie nicht gebreit. Warum mach ich das? Ich wollte gerade sagen, so ein Profi wie Marvin ist, hat das einfach nicht ausgerüstet. Nein! Mein Gott! Digga, wie kann man denn? Wie kann man so sein? Ja, gut. Wir wollten die Folge verkaufen mit Puls Elite-Animation, aber, ja gut. Dafür brauchst du Puls Elite. Hallo, aber... Wird wohl nix. Doch. Also, nein. Ja, da habt ihr recht, das wird nichts. Warte, warte. Dann machen wir das jetzt so. Du gehst jetzt in die Einstellung bei Puls, rüst das aus und machst dann vorführen. Genau, genau. Das wollte ich gerade machen. Oh, alter Fleder. Also, Bouchachos. Puls Elite-Animation mit dem legendären Vampir, was auch immer das ist. Kopf. Er sie als Fledermaus und... Geil! Und hat er irgendwie seine... Nein, nein, nein. Das ist überhaupt nichts passiert. Und deswegen... Deswegen mach ich nochmal ein Dr. Curse Pack auf. Ich hab vier Stück. Lol. Oh doch, jetzt ging's. Ey, gerade bei Arrow, ich dachte schon, äh, hallo. Oh, Leggy! Leggy, Leggy, Leggy! Ja, wenn du jetzt... Komm, bitte, Gridlock, bitte Gridlock, bitte Gridlock, bitte Gridlock. Ah, Oryx! Oryx nimm ich auch. Oryx, du auch kannst du los. Ist auch ein Neuer immerhin, ne? Ja, ist ein Neuer. Ja, ja, ich bin ein bisschen langweilig, aber ja, ja, ja. Hallo! 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 Also, nach dem Fail nochmal ein bisschen rasiert hier. Aber es war schon eine merkwürdige Runde, ne? Muchacho war auch dabei. Er, sie, es glänzt. Daumen nach oben, Muchachos, wenn's euch gefallen hat. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis dann, reingehauen.